Wir sind Schüler des Albrecht-Weidenberg-Gnasiums Rauderfehn und sind in der 10. Klasse und sind Mitglieder des Team for Futures. Das Team for Future ist eine freiwillige Gruppe, die aus Lehrern, Schülern und Eltern besteht. Momentan sind wir ungefähr 50 Personen. Wir treffen uns außerhalb der Schule. Das bedeutet, wir sind keine AG. Unser Ziel ist es, unsere Schule und das Schulleben nachhaltiger zu gestalten und dabei aber auch vor allem Schüler einen Weg zu zeigen, um Spaß zu haben. Denn es ist ja letztendlich für eine längere Periode und nicht nur für eine kurze Zeit. Jeder in unserer Gruppe darf Ideen mit reinbringen und alle sind gleichberechtigt. Und um dies zum Beispiel zu erzählen, machen wir Abstimmung. Ja, und als Hauptprojekt in diesem Jahr haben wir mit ganz vielen engagierten Schülern selber Seed Bombs hergestellt. Die enthalten nachhaltige Samen und wachsen dann zu einer Blumenwiese an, die dann zum Schutz für Insekten und auch als Vogelfutter dient. Die Seed Bombs haben wir kostenlos an interessierte Schüler und Lehrer verteilt. Und von denen sind auch viele dann dem Team for Future beigetreten. Und ich finde, das ist eigentlich ein tolles Projekt, um zu vermitteln, wie leicht Nachhaltigkeit umsetzbar ist. Und außerdem haben wir mit dem Projekt auch am Projekterde des niedersächsischen Kultusministeriums teilgenommen. Und jetzt gebe ich an Anna weiter. Ähm, unser nächstes Projekt wird der Teebag Index sein. Der Teebag Index, besser bekannt als Teebeutelmethode, ist eine Methode, bei der man einen Teebeutel vergräbt und ihn nach drei Monaten wieder ausgräbt. Anhand der Qualität des Teebeutels nach dem Wiederausgraben kann man dann die Zersetzungsfähigkeit des Bodens beurteilen. Das Projekt findet in verschiedenen Ländern Anschluss und alle Daten der TeilnehmerInnen werden online gesammelt und sind somit öffentlich zugänglich. Bei uns geht es aber vor allem darum, dass die SchülerInnen dabei Spaß haben, etwas in der Natur zu tun und gleichzeitig auf das ernste Thema der begrenzten Bodenflächen aufmerksam werden. Somit fällt das Projekt auch in das 15. Ziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, nämlich Bodenschutz. Ja, ich stelle nochmal unsere vergangenen Projekte vor, aus dem Jahr 2019, 2020. Ähm, am Anfang, als wir so richtig anfingen, ein Team zu werden, brauchten wir ein Logo, ähm, womit wir uns zum Beispiel bei Projekten oder Mails an die Schule repräsentieren konnten. Und das ist unser offizielles Logo geworden. Hier kann man unseren Namen nochmal sehen. Ein anderes Projekt, ähm, im Dezember 2019, da haben wir immer in der Schule einen Weihnachtsbasar. Und an dem Tag sind sehr viele Menschen anwesend, was natürlich für uns als neues und frisches Team for Future eine sehr gute Gelegenheit war, auf uns aufmerksam zu machen, weil wir natürlich noch nicht so bekannt waren. Ähm, und dann haben wir einen großen Stand aufgebaut, wo man unseren Namen sehen konnte und das Logo sehen konnte. Ähm, und die Menschen, die vorbeigegangen sind, die durften auch so keine Post-its, durften die nachhaltigen Methoden für den Alltag aufschreiben. Und am Ende haben wir die alle auf ein großes Plakat gekriegt, wo das ganze Plakat dann voll ging mit nachhaltigen Methoden und das hat super gut geklappt. Und ein anderes Projekt, ähm, vor dem Lockdown Anfang 2020 war das Cooking for Future. Ähm, dort haben wir nachhaltige Rezepte für, als Alternativen für Produkte aus dem Supermarkt hergestellt. Weil nicht nur hat das echt richtig viel Spaß gemacht, sondern hat es auch richtig gut funktioniert. Und, ähm, das war auch ein Grund dafür, dass wir das für die ganze Schule, Schulgemeinschaft, zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, vielen Dank an euch, ähm, für diesen Pitch. Und wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis auf den Spatial Chat, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach gleich versuchen, ähm, euch dazukommen. Und da nochmal zu connecten, mit anderen Leuten zu sprechen und zu schauen, ob es vielleicht indirekte Fragen oder Anmerkungen zu eurem Vertrag gab. Dann...